Ja, guck mal, das ist doch schon mal eine richtig hässlige Kack-Map. Aber hey, wir schaffen das. Und ich habe auch irgendwie mal Bock auf das Warzenschwein. So, das macht bessere Lasern, bessere Kanonen. Versuchen wir es doch mal. Was ist die aktive? Besserer Schaden. Schaden. Ja, komm. Probieren wir es aus. So. Das ist doch alles scheiße hier. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier startet. Ich habe immer das Gefühl, ich will so starten. Das ist ein dummes Gefühl, aber hey. We try it anyways. So, und ich möchte noch eine Werkstatt. Ja, das war ein dummer Start. Ich hätte hier erst meinen Tag bauen sollen. So, und die will ich auch nach hinten wegsetzen. Sieht niemand? Mhm. Ähm. Dann mache ich hier draus überall Hintergrundholz. Das bekommt gar keiner mit, dass ich das hier tue. So, dann brauche ich hier oben ein bisschen Platz für Windturbinen. Ah, der ist nicht geil. So, dann kann ich hier nämlich zwei hinsetzen, theoretisch, wenn ich möchte. So, jetzt kommt was sehr Kontroverses. Ich nehme diese Mine und schmeiße sie weg. So, dann. Ich will die Boys da drunter setzen. Ah. Passt das? Ne, das passt nicht mehr dann, ne? Das ist halt nur verbaut dann, ne? Aber hey, was soll's. So, damit der funktioniert, brauche ich aber einen Schneiber. Ne? Das ist halt ziemlich dumm gewesen. Vielleicht hätte ich alles anderes bauen müssen. Ach, ja. Naja, was willst du erwarten von dem... Von dem... Was ist das denn hier? Mach das doch mal fest hier. So, zieh hier irgendwie random Streben rein. Um das irgendwie zu festigen. Ja, vielleicht auch so. So. So, schießen wir dem Boy mal los. So, der muss ja erstmal nur nerven, ne? Der muss ja erstmal nur nerven. Der muss ja erstmal nur da sein. Und unsere andere Tech, die setzen wir dann hier rein. Ja, der Vorteil ist, wir ziehen das Ding dann auch ein bisschen wieder runter. Kann ich da wirklich keinen mehr reinsetzen? Naja, hätte ich alles weiter nach links bauen müssen. Naja, egal. So, dann will ich da oben mal reinschießen. Uh, viel zu hoch. Immer noch zu hoch. Der trifft aber. Ne? Der trifft aber. Ja. So. So, was sitzt denn da wieder einer drin? Lassen Sie das doch mal bitte. So, ne. Ja gut, dann halt so. Ist auch fein. Will ich hier kleine Boxen vorsetzen. Äh, der letzte war scheiße. Oh, das lehnt sich alles so krass nach da irgendwie, ne? Mach mal das Grit aus hier. Ne, das Grit ist aus. Alles fein. So. Wunderbar. Jetzt können wir hier ganz sneaky noch Sachen einziehen. Können wir hier bitte, so. Ach, das war so dumm, ne? Kommen wir hier gar nicht ran. Zack. So. Etwas höher. Na. So, das reicht dann jetzt auch etwas an, äh, Nerven. So. Er muss ja jetzt nicht unbedingt sehen, was ich hier tue. Aber warum geht das nicht? Weiß das Game selber nicht, ne? Ne, weiß es auch nicht. Na ja. So. Ja genau, jetzt haben wir natürlich keinen Sniper mehr. Jetzt kann das Ding auch weg. Kann die Tech auch weg. Können wir ersetzen durch die Upgrade Tech? Maybe? Maybe? I don't know. Who knows? So, das hier sollte alles normale Verstrebungen sein. Was heißt? Was heißt alles? Aber einfach nur so ein bisschen. So. Und dann bauen wir hier mal... Etwas mittig höher, ne? Nein. Das ist dumm. Mhm. Kann er ruhig machen. Kann er ja ruhig machen. Genau, falsch rum. So. Bauen wir hier noch ne 20mm Cannon rein. Lass mich verarschen. Das passt jetzt nicht. Wow. Na ja. Wir versuchen mal so ein bisschen hier das untere Ding da irgendwie anzugreifen. Ich weiß jetzt noch nicht, was er auf mich schießen will. Aber ich habe so eine doofe Vermutung, dass es wahrscheinlich... ...ne Haubitze werden wird. So, deswegen setze ich mal hier so ein bisschen Shit rein. So. Die Tür brauchen wir nicht sehen. Nice. Das ist schön nervig. So. Hier gehen wir noch ein bisschen hoch. Nice. Danke. Danke. Und das hier erhöht ja unseren Damage, wenn wir das aktivieren. Das machen wir gleich beim nächsten Schuss. Ne? So. Ich wollte hier noch das hinbauen. Ja, sag ich doch. Da, da. Da kommt doch gleich was. Wieviel brauche ich? 2K? Es repariert. Warum repariert es? Verschwende ich hier mein Ding? Dann... ... Also ich muss auf dieser Kacknipp echt irgendwie leer, mit der Stability klar zu kommen. Ne, wie wie... Ja gut, der, seine Strebe ist auch gefreut. Er hat ähnlichen Shit hier gemacht, also so schlecht war ich dann doch nicht. Er hat sich gut verteidigen können. Na, ich habe vorne das Shit weggemacht, deswegen ist es weiter nach hinten gebrochen. Weil vorne weniger Gewicht war. Nicer Dicer. Ja, eine Runde machen wir noch, oder? Wir haben lustige Kugeln, das heißt, lustige Kugeln, hört sich doch so an. Ein Geizhals oder ein Sieb? Ein Sieb. Hört sich ganz gut an. So, Tick. Ja, geil, Tick, passen nirgends rein. So. Hätten wir das auch geregelt. Ähm. So, hier hinten haben wir dann Wind, wenn er mal schneller bauen würde. Wind. Okay. Boah, dann müssen wir so ein bisschen verstecken, dass wir hier gleich Raketen platzieren möchten. Ne? Aber das, äh... Der ist aber direkt auf Eco gegangen, ne? Ja, jetzt habe ich ja... Gut, jetzt habe ich da schon drauf gespart, jetzt brauche ich die auch, hier die Ressourcen. So, gib her den Lachs. So. So. So, ich will hier noch mehr Verstrebenbungen reinziehen. Bitte überall. So, noch ein Stromlager. So. Noch eine Mine. Was, was, was will er denn auf mich schießen? Weiß er selber noch nicht. Okay. Ähm, damit ich das natürlich machen kann, brauche ich einen Schneiber. Und um ihn maximal abzunerven. Könne ich mir hier noch eine... Eine Dingsbums. Ne, wisst ihr Bescheid. So. Zum Feuern brauche ich relativ viel Shit. Wir gehen mal hier schon, schon mal höher und breiter. Um für die Zukunft auch gewappnet zu sein. So. Ja. Alles, alles fein. Noch ist alles fein. Ja, nicht unbedingt... Da wollte ich jetzt nicht unbedingt rein, aber hey. Weiß. Das nervt auf jeden Fall schon mal. So. Jetzt, äh... Brauche ich hier selber etwas. Schutz natürlich. Ja, das ist natürlich... Alles professionell gewesen. So. Und ich brauche auch den zweiten Tag langsam. Den will ich da hinten hin yeeten. So. Und ich will hoch. So. Ne? Sieht doch... Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Da brauchen wir... 18.000... Ja, 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 gut. Ich ging einfach ins Nirvana, weil ich schon wieder... Weil die rechte Maustaste. Ab und zu einfach Sachen machen darf. Ne? Super. Darf ich da mal bitte jetzt was vorsetzen? Alter. Jetzt hat er noch so scheiße blind dabei, ne? Warum? Warum? Warum explodiert der Junge einfach? Auch egal. Hey. Wir nehmen es einfach an, okay? Wir nehmen es einfach an. Und wieder fragen es nicht weiter. Gut. Gut. Achso, ja. Ich würde sagen, wenn du da nicht bauen kannst, dann halt doch einfach in deinem Maul. Hallo. Oh, ich habe keinen Strom. Er verteidigt sich aber auch nicht dagegen, ne? Da bin ich eigentlich kein Fan von. So, und ich will noch nicht von unten weggeschnappert werden. So. Strom scheint ein bisschen... Das... Hallo. Alter, ich... Ich krieg... Ich krieg langsam. Also... Ich kann die nicht auswählen, die drei. Gut. Puh. Ihr merkt schon, mir geht es super gerade. Ja, fast 100% Effizienz, ne? Ja. So, ich würde gerne mehr Tech haben. Eine andere Tech vor allem. Machen wir das einfach so. Und zwar die hier. Um hier ganz viele Dinger rein zu heaten. So. War abzusehen. Dann ist das doch auch abzusehen. Mann, 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 Mann. Das wollte ich auch machen. Da ist er mir aber zu vorgekommen dann. Tatsächlich. Ähm. Ja, kann er machen. Wenn er meint, es nötig haben zu... zu tun. So, aber da brauche ich dann definitiv mehr Strom für. So, dann liege ich das da einfach durch. Okay. Ja, ich frage mich, wie weit das Ding da durchschießen kann. Warum die Skandern so eine Durchschlagskraft haben. Aber hey. Lassen wir das doch. Ich kann schon wieder nicht beide Sachen gleichzeitig aussehen. Was ist denn mit diesem Game heute los? So. Das ist schön. Das wird die Nerven. Nicht das. Dafür brauche ich zum Schießen von allen. Ich liebe, dass das der Rechtsklick auch einfach. Den gleichen Schritt macht. So, du. Und, und du. Und du. Und, und du. So. So, mehr, mehr, mehr Kraft da rein. Oh ja, das hier wieder aufbauen. Ich kann ja schon wieder meine Dinger reinsetzen. So. Ich habe meine Dinger angeschossen. Ich bin so ein hässlicher Mongo. Komm. Geh her, den Schmarrn. Warum habe ich das da reingesetzt? Und jetzt brauche ich wieder mit dem falschen Holz. Danke. Genau darauf habe ich gewartet. Dass alles den Bach runter geht. Ja. Wir like das. So. So. Okay. Okay, okay, okay. So, und den hier. So. Ich glaube, ich muss irgendwie mal einen Technologie-Switch hier gleich machen. Oder einfach... Oder einfach noch mehr eskalieren drauf. Danke. Könnte ich ja perfekt... Alter, ich... ...kriegst du Aggressionen langsam, ne? Holy hell. So. So. Warum? 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 Komm zurück. Ich verstehe es immer noch nicht. Du, wegen meinen auch das, ganz ehrlich Das nicht Dann lieber den hier So Warum, warum, er snipert, er snipert die immer weg oder, oder was, oder verliere ich die einfach random und weiß einfach nicht warum Das ist ein Witz, er schießt durch irgendeine Kacklücke da durch hier oder was Darf ich das Ding jetzt endlich mal aus Metall machen Alter Das Ding greift aber auch Nie die Sachen, die ich will, ne Oh nice Wie das auch immer passiert ist, ich, ich, I take it Das war, also das war, das war ein stressiges Game Ich war auch einfach scheiße, aber Ich wollte auch mal was anderes versuchen Ja Guck mal, hier sind wir schon, 290 Wird besser Wird immer besser So, was war, was war hier eigentlich unser Problem Wie macht, wie macht er den Start Also, so Er hat auch nicht wirklich Tech reingebaut, ne Er hat einfach nur Ja Er hat einfach nur Shit gebaut Also er hat echt viel Geld ausgegeben für die Verteidigung, ne So viel Waffen hatte der am Ende gar nicht So, jetzt ist die Frage, wo haben wir illegal reingetroffen Da Höh Nee Also das ist echt illegal Die ist, guck mal, die ist def Die ist deflektet und darunter durch seinen ganzen Stahlspam Oh mein Gott Also Da würde ich ja richtig eskalieren Vor allem, er hat auch einmal besser gespielt Er hatte halt viel zu wenig Waffen Was ich nicht verstehe Aber hey Wir sind, äh Ranglisten-technisch Fast schon relevant Fast Guck mal, das sind ja, das sind ja so Sachen, ne Goldjunge und was gibt's hier noch hier Wie sagen wir alle nix In den guten Salzberg sagt einem natürlich was Was ist das da für eine Batsch Content-Kreator Warum ich die nicht, Kappa So Und irgendwo Irgendwo komm ich dann hier Andererseits spielen auch gar nicht so viele Leute Das Ding gerade, ne Ne, also 2000 Leute halt, ne Gut, ne Wenn wir sagen, die Leute brauchen nur ein Game haben Dann geht die Liste etwas Geht auch nicht groß weiter 2299 Hey, also das ist immerhin eine Verbesserung Ich würde sagen Wir sind zum Forza-Kanal und sehen uns beim nächsten Mal wieder Hau da rein Hau da rein Hau da rein